Heute geht es um eine Abbildung durch zentrische Streckung. Das ist unser neues Kapitel, mit dem wir uns jetzt etwas länger befassen werden. Abbildungen kennen wir schon aus der 6. und 7. Klasse. Da zum Beispiel die Achsenspiegelung, da habe ich einen Punkt an einer Achse gespiegelt oder ich habe einen Punkt um einen bestimmten Punkt gedreht mit einem bestimmten Winkelmaß oder ich hatte die Doppelachsenspiegelung, auch Parallelverschiebung genannt, dass ich eben einen Punkt durch einen Vektor verschiebe. Das, was ich heute habe, ist zentrische Streckung. Ich habe euch das jetzt mal mitgebracht. Ich habe in meinem Geometrieprogramm einfach ein Bild eingefügt, habe das dazu genommen, was ich brauche, nämlich ein Streckungszentrum. Das werden wir nachher erfahren, was das bedeutet. Und dann habe ich einfach eine zentrische Streckung durchgeführt. Wir erkennen bereits an dieser zentrischen Streckung, was es eigentlich geht. Nämlich, wenn ich jetzt das Bild betrachte, hier ist es eine Vergrößerung, hier wird es eine Verkleinerung, hier wird es auch kleiner und dann wieder größer, aber auf den Kopf gedreht. Das ist im Endeffekt eine zentrische Streckung. Das kommt ganz häufig bei uns im Leben vor, zum Beispiel bei Fotografien. Das hier zum Beispiel ist ja nichts anderes als eine Vergrößerung, also zentrische Streckung. Oder hier eine Verkleinerung. Gibt es auch beim Diaprojektor zum Beispiel, wo ein kleines Bild vergrößert wird und so weiter. Da ließen sich jetzt unzählige Möglichkeiten finden. Wir werden uns befassen mit der Abbildungsvorschrift, mit den Eigenschaften, mit dem Flächeninhalt, mit ähnlichen Dreiecken, mit den vier Streckensätzen und mit Einbeschreibungsaufgaben. Nur damit ihr mal schon einen Überblick habt, was alles auf euch zukommt. Gerade die vier Streckensätze bekommen eine besondere Bedeutung. Die kommen auch relativ häufig in den Abschlussprüfungen dran. Also, was ihr euch fürs Erste merken könnt, bei einer zentrischen Streckung geht es eben um Vergrößerung, Verkleinerung. Und hier dreht sich auch was. Da werden wir später drauf kommen, was das bedeutet. Die Abbildungsvorschrift ist das Erste heute. Bei einer Achsenspiegelung haben wir eine Achse gebraucht und einen Punkt, den wir spiegeln. Bei einer Drehung haben wir einen Punkt gebraucht, ein Drehzentrum und einen Winkel, um das Ganze drehen zu können. Wir brauchen bei der zentrischen Streckung einmal natürlich einen Bildpunkt. Es können natürlich auch mehrere sein, wie ihr gerade vorhin auch gesehen habt. Ich kann ja mehrere Punkte vergrößern oder verkleinern. Ich brauche ein Streckungszentrum Z und ich brauche einen sogenannten Streckungsfaktor K. Also das Z und das K sind eigentlich die neuen Sachen, die wir jetzt haben. Man erhält dadurch einen Punkt P'. Das haben wir ja auch schon bei der Drehung und bei der Achsenspiegelung erhalten. Und deswegen lautet die Abbildungsvorschrift folgendermaßen. Ein Punkt P wird mithilfe des Streckungszentrums Z und dem Streckungsfaktor K abgebildet oder zentrisch gestreckt auf den Punkt P'. Ich will euch jetzt mal zeigen, wie das hier funktioniert. Ich habe einen Streckungsfaktor K gleich 1,5, ein Zentrum, das gezeichnet und ich habe einen Punkt P. Das sind die drei Dinge, die man braucht. Und jetzt versuche ich dadurch mal auf meinen P' zu kommen. Als erstes zeichne ich diese Strecke. Ich habe jetzt hier auch schon das Ganze als Halbgerade eingezeichnet. Das ist natürlich noch besser. Das werden wir später sehen, warum. Und als nächsten Schritt messe ich das Ganze. ZP ist in meinem Fall 4,9 Zentimeter. Je nachdem, wie lang ihr eure Strecke zeichnet, ist das natürlich etwas anderes. So, im zweiten Schritt kommt nun die wichtige Formel dazu. K mal die Strecke ZP, die ist in dem Fall 4,9 Zentimeter, ergibt die Strecke ZP'. Also quasi die Urstrecke ZP mal diesen Streckungsfaktor gibt meine neue Strecke ZP'. Und die trage ich dann einfach auf dieser Halbgeraden an. Also hier ist die Strecke ZP'. 4,9 mal 1,5 gibt 7,35. Das ergibt dann meine neue Strecke ZP', die ich jetzt daran entlang verlängere. Ist auch klar. Hätte ich einen Streckungsfaktor K gleich 1, dann wäre die Strecke ZP genauso wie ZP'. Dann würde mein P' auf den Punkt P landen. Und das war es eigentlich schon für eine zentrische Streckung. Für einen gewissen Teil von Z die K-fache Strecke zeichnen. Da müssen wir allerdings ein paar Sachen berücksichtigen. Hier haben wir jetzt so eine zentrische Streckung. Da oben habe ich den Streckungsfaktor K einfach mal variiert. Also ich lasse den hier pendeln zwischen 5 und minus 4 oder geht er halt hin und her. Und was wir jetzt schon merken, es verändert sich. Der Punkt P' wandert. Wenn er jetzt zum Beispiel, lassen wir den mal hier nach links laufen, dann, wenn er im negativen Bereich ist, dann läuft dieser Punkt P' nämlich links davon. Fangen wir nochmal an. Wir haben einen Streckungsfaktor von 3, 3,5 und so weiter. Der wandert immer weiter hinaus. Ist ja klar, die Strecke wird immer noch länger. Wenn ich den Streckungsfaktor von 1 habe, hier, dauert ein bisschen jetzt an der Stelle, dann ist es exakt das Gleiche. Habe ich einen kleineren Streckungsfaktor, dann verkleinert sich ja auch die Strecke. Also liegt sie hier dazwischen. Bei K gleich 0 liegt P' auf Z. Und alles, was negativ ist, da liegt dann mein P' links auf dieser Seite. Oder man könnte sagen, das Zentrum Z liegt in der Mitte. Das müssen wir nämlich auch berücksichtigen dann später bei der Zeichnung. Wenn ich einen negativen Streckungsfaktor habe, dann kann ich das nicht nach rechts hier abtragen, sondern dann muss ich es nach links abtragen. Schauen wir mal zum Beispiel bei K gleich minus 1. Das saust jetzt wahrscheinlich gleich hier rüber. Da ist es dieselbe Strecke dann in die Richtung. Man muss beachten, dass alle drei Punkte P, Z und P' auf einer Geraden liegen. Und das Wichtige dabei ist, was wir jetzt hier an der Zeichnung noch nicht sehen, ist K kleiner als 0, also negativ, dann liegt Z zwischen P und P'. Also nochmal, der Punkt P' wandert hier rüber. Und bei negativen Z, bei negativen P, bei negativen Streckungsfaktor, muss ich diese Strecke einfach in die andere Richtung antragen. Bei positiven in die Richtung, bei negativen in die Richtung. Es gibt mir also nur die Richtung an. Denn eigentlich haben wir ja ein Problem, dass es keine negativen Streckungen gibt. Ich kann ja nicht sagen, minus 4 geht nach links, sondern es gibt ja nur eine Strecke, die 4 cm lang ist. Aber wenn eben K negativ ist, heißt für mich das einfach nach links abtragen. Ist es positiv, nach rechts abtragen. Oder zumindest halt in die Richtung, wo mein Punkt P ist. Es gilt eine Formel, die schaut jetzt etwas anders aus wie die hier oben. Der Betrag von K mal die Urstrecke ZP gibt meine neue Strecke, ZP'. Das liegt einfach daran, dass ich ja eben keine negativen Strecken erhalten darf. Also muss ich meinen Betrag, also meinen Streckungsfaktor immer positiv setzen. Ist mein Streckungsfaktor minus 1,5, dann ist 1,5 mal die Urstrecke die neue Bildstrecke. Aber ich weiß, dass er negativ liegt, also muss P' auf der anderen Seite liegen. Oder eben, dass Z zwischen P und P' ist. Das, was der Betrag ist, das haben wir mal in der siebten Klasse gelernt, heißt einfach, den Wert immer positiv setzen. Das war's fürs Erste. Die Abbildungsvorschrift der zentrischen Streckung. P wird durch Z und K auf P' abgebildet. Berücksichtigen muss ich, dass, wenn ich es positiv habe, in die Richtung von P eingetragen wird, die neue Strecke. Ist der K-Faktor negativ, dann wird er in die andere Richtung abgetragen.